Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ambulance. Im Ambulance geht es um die beiden Brüder Danny und seinen Adoptivbruder William. Danny gespielt von Jake Gyllenhaal und William gespielt von Yahya Abdul-Martin II. Diese beiden Brüder haben zwei verschiedene Wege hinter sich. Danny ist dem Weg von seinem Vater gefolgt, ist kriminell geworden und hat sich auch schon den einen Namen machen können. Während William beim Militär gelandet ist und jetzt aktuell versucht 200.000 Dollar über die Versicherung aufzutreiben, um die Operation von seiner Frau zu bezahlen. Leider will aber keine Versicherung die Operation übernehmen. Also geht er zu seinem Bruder Danny. Danny hat jetzt gerade das Geld auch nicht parat, aber er plant jetzt einen Banküberfall. Eigentlich nichts Großes, nur schnell rein raus, es soll auch keiner verletzt werden oder so. Aber es kommt doch etwas anders, als sie sich es vorstellen. Positiv ist es auf jeden Fall anzumerken, Michael Bay, dem ich normalerweise seine Transformers-Filme links und rechts um die Ohren hauen würde, hat hier einen guten Job abgeliefert. Es ist nicht so viel Krabumm, Puff und Peng und dies und das, sondern dieser Film ist pures Adrenalin. Dieser Film ist der Hammer. Das ist 136 Minuten Spannung pur. Also den Film müsst ihr euch unbedingt ansehen. Der Cast ist auch gut zusammengewürfelt. Nicht nur Danny und William sind gut besetzt, auch die Rettungsassistentin Cam ist auch sehr gut besetzt von Isa Gonzalez. Die Chemie zwischen den Schauspielern ist sehr gut. Die Musik ist richtig gut, passt hundertprozentig zu den Filmen. Die Story, die ist auch wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Also dieser Film, den müsst ihr euch unbedingt ansehen. Der Film ist der absolute Hammer. Also geil, so ein Film, der mich so in den Kinosessel gefesselt hat, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Also von daher, dieser Film bekommt von mir uneingeschränkt 5 von 5 Totenköpfen. Weil der Film wirklich auf den Punkt genau das ist, was er sein soll, genau weiß, was er will und einfach so eine Spannung hat. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt im Kino. Also so eine Spannung war der absolute Hammer. Ja, nächste Woche werde ich den Film Morbius besuchen, beziehungsweise diese Woche werde ich den noch auf Twitch bewerten und nächste Woche wieder für euch hier auf YouTube. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann!